so ein wunderschön herzlich willkommen so let's go bei der rechten kamera hier bei der hier da bist du ein krisen im bild so diese linien habe ich da so drin wäre es wenn ich da diese mit frequenz drin hätte okay jetzt nicht mehr sehr interessant ich habe es mir beendet ich habe minimiert noch mal das ganze da kommt schon level 4 was wir jetzt für für aufträge so zur auswahl haben ist ja schon heftig erfahren also nein aufträger so wir haben strecken wir müssen wieder nach preis pro streckenlänge genau wir machen mal eine normale der ernsthaft renault schon wieder genau ich weiß auch gar nicht wie ausgesprochen wird renault was bist du ich kann ja nicht mal anklicken warum genau kann ich nicht kann ich nicht anklicken fahrt jetzt ein renault ein renault sie ist wenigstens so hässlich aus wie einer ja okay irgendwie konnte ich gerade keine anderen aufträge mal anklicken hm sehr auspekt und es ist immer noch scheiße schwarz wie die nacht hier ah meine lieben was macht ihr denn da security aha ich glaube ihr bewacht eher diese snackmaschine dann kann das sein oh diese sterne hm so guckt euch diesen spiel diese spiegelqualität ist echt super mies da geht es da echt nicht doch genau wer 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 der letzten schon geguckt ne spielqualität geht nicht ja genau mehr als hoch geht halt nicht bei der auflösung ist dort ist was ist daran hoch ich meine wenn das hoch ist was ist was ist dann niedrig so ein pixel der gesamte spiegel hat hat einfach die gleiche farbe äh ah was solls gut ähm wir brauchen noch licht dann brauchen wir gucken wie das von außen aussieht zum glück sieht man das nicht so gut denn er sieht sehr hässlich aus und wir haben ein schiff hinten drauf oder mal ein bisschen naja scheiße ist anders aber so geil aussieht jetzt auch nicht also ich muss mal sagen ein solides aussehen hat er schon sieht aus wie so ein gaming truck alter über die roten streifen ja ok so dann fahren wir mal los ja der hat aber eine laute blinkanlage holy moly ah ne kann sein dass meine kamera voll falsch eingestellt ist ich sehe auf den kameras gar nichts also mein lkw und den auflieger sehe ich gar nicht will sie selbst nicht lenke sich die nicht warte mal kurz dann müssen wir mal hier einstellen spiegel einstellen so links da wo ist sie die kamera holy moly so hier sehen wir auf den auflieger sehr schön so und rechts ähm da werden diese kameras eingestellt holy moly so weitwinkel die können wir noch ein bisschen ran und bis runter so und sechs kann auch ein bisschen ran und bis runter sehr gut doch vielleicht viel besser wenn wir schon mal dabei sind können wir gleich mal die Sitzchen einstellen den mach ich mal noch ein bisschen nach äh ja let's go so freie fahrt freie ball mit marzipan ne das ist mir auch schon gesagt ein bisschen zu 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 äh zur gelegentliche Seite machen wir auf 75 so ja schon besser demnächst rechts ab demnächst rechts ab wege nach rechts ab wege nach rechts ab so 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 sehr gut sehr gut das einzige was ich an dem LKW mag ist ähm diese Zahlenanzeige da diese wie sagt man ähm naja also eine 7-Segmentanzeige ist es ja nicht aber von der Technik her so wie eine 7-Segmentanzeige also schon die hat ein bisschen rechts abbiegen die hat ein paar mehr Segmente aber ne sieht schon geil aus so wir müssen ja nach rechts sagt er nach rechts ab immer geradeaus immer geradeaus gegen das system gegen das system gott das hier dunkel holy moly auf auf geschäfer demnächst rechts abbiegen biege nach links ab nach links nach links ab 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 diese ausfahrt dafür wieder eine mordstelle sowie wir brauchen das gelbe das gelbe vom ei das ist da können wir hier rum fahren? ne ne schade können wir wirklich nur durch schwertransporter das ist ja schade naja versuch was wert die schranke aber ja schon lange um aufzugehen hier ja warum dürfen wir hier nur 60 fahren? ja warum dürfen wir hier nur 60 fahren? jetzt der bus überholt uns was denn los? oder gelten wir schon als schwertransporter? kann ja doch wahr sein scheinbar ja ja eben 5 und 6 tonnen obwohl wahrscheinlich in der größe die 8 hatte ja schon ein bisschen übermaße naja vor allen dingen ist es ja das problem ist ja vor allem nicht nur dass das gewicht als solches sondern vor allen dingen der gewicht also der 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 das schon hier also da wo also wie hoch das zentrum von dem gewicht ist ja und bei dem schiff ist es halt relativ hoch so dass wir auch trotz des wenigen gewichts relativ schnell umfallen können ja und das darf natürlich in dem moment nicht vergessen ich war damit 120 in die kurve gehen vor allen dingen die kumpe die jetzt kommt dann ist feueramt kommen wir für 70 können wir doch schneller nice das krasse ist halt im echten ist es genauso dunkel ich meine gut man man selber als fahrer erkennt vielleicht mehr weil sich das auge daran gewöhnen kann aber gerade wenn du zum beispiel siehst irgendwelche kameramitschnitten von echten lkws wenn ihr irgendwelche dashcam aufnahmen machen und sowas alles es ist halt wirklich so dunkel aber wie gesagt die ganze zeit mit dem fernlicht fahren kannst du auch nicht weil das blendet halt die anderen autofahrer weil er hier im blitz der kommt eigentlich sogar machen das ist jetzt kein aber im echten leben ist das nicht so nicht nicht die feine art was erst denken dann reden wir können bei so wenig mal die fans aufmachen und schneller fahren dann zucker wir die ganze zeit hier nur mit 70 obwohl wir viel merken dürfen eine schande ist das eine schande und wir sind zu schnell ein bisschen noch 150 gm ja nice ein bisschen Sollen wir mal auf die Rattestätte fahren? Wir haben noch eine Stunde und, ne, wir haben eine 6 Stunden Reserve und ich weiß nicht wie lange wir schlafen, wenn wir schlafen, bei dem besten Fall kann man es einstellen, aber wir haben bloß noch eine Stunde, ne, was? Wir haben nur 6 Stunden, also gerade 5 Minuten oder eure Reserve. 5 Stunden schlafen ist definitiv nicht zu wenig. So, da vorne ist es noch langsam wieder. Ich kann auch noch ein bisschen weiter auf. Schau dir doch ein bisschen an, damit du weißt, was hier los ist. Aber nichts tut mir hier, halt mal kurz. Ich glaube, ich bin krass falsch abgebogen. Ich glaube, wir sind ganz schön am Arsch. Ich glaube, wir sind ganz schön am Arsch. Ach du Scheiße. Wir brauchen noch 7 Stunden. Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwo illegal wenden? Nein. Ähm. Warte mal ganz kurz. Kann ich hier nicht irgendwo illegal wenden? Nein. Ne, dass die relativ durchgehend aus. Gut, dann müssen wir was anderes machen. Dann kommt jetzt der MacGyver. Ronny? Das war nichts Lalalalalala Eigentlich gibt es eine Pannenspur Denn sich zu verfahren ist auch eine Panne Ja da hat man da ein bisschen Panne im Kopf Also darf man offiziell diesen Pannensstreifen benutzen Ja wir sind also fast nicht als Geisterfahrer sondern nur als Pannenfahrer Warum wieder Panne streifen wir so kurz, so klein Oh mein Gott Neu Rout am Arsch Oh, der Umwegverkehr Hier gibt es nichts zu sehen Leute, hier gibt es nichts zu sehen Einmal weiter fahren, einmal weiter verdanken Da kommt ein Bus Oh, passt Ja siehste Läuft doch Kein Problem Ich finde eine neue Rute Neue berechnen Ja 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 Jetzt wird gut Gibt es jetzt irgendwo eine Lücke im Im ähm 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 Er sagt schon hier im ähm 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 Da in diesen komischen Dingern Mann, wer ist denn die? Okay Okay, lasst uns eine neue Rute Ah, hier kommt eine Brücke Da müsste es doch eine Lücke irgendwo geben Kann doch jetzt hier nicht die ganze Zeit Die ganze Zeit gegen der Fahrt Richtung fahren Das geht doch nicht Was habe ich hier nur getan? Alles was ich wollte war geliebt zu werden Oh mein Gott Das wird nichts Das wird gar nichts Das Ding ist komplett durchgehend Ja ja, speicher mal Du Arsch Ah, für eine Lücke? Ne Eine Lücke Oh, man oh 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 oh man oh man oh oh shit Ich meine zum Glück gibt's hier ein paar einen Streifen ja Das sind zwei echte Arschkarte Ich meine wir können natürlich auch einfach auf der Straße fahren und dann einfach gucken wo die Lücken sind ne Ne! Kein bock Na ich meine Ich finde hier eine neue Rute kaum hatte ich den die diesen plan muss mit natürlich auf beiden spuren gleichzeitig kommen also ich weiß nicht was ihr habt aber ich finde das hier völlig normal also also so fährt man übrigens in überseeder im united kingdom immer immer links fahren völlig normal von wegen geisterfahrer hier sind ganz viele geisterfahrer die weichen alle schon aus auch fast nach vorne da vorne ist der baustelle war da kann ich vielleicht mal eine lücke in die leistung gehen damit ich mal rüber ziehen kann gar nicht ich glaube wir machen hier ganz falsch guck mal da vorne ist das hier, wir haben es gleich geschafft oder auch nicht da kann ich nicht mal eine abfahrt geben oder sowas ach ich hätte durch die doch da vorne gibt es eine abfahrt ja, da vorne ist eine abfahrt guck mal da vorne, da vorne da so, da vorne ist eine abfahrt da ist so eine abfahrt da kann man, finde ich voll abgefahren und so das ist das hüpfen nicht ei 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 das sind so die Momente, da sollte man die Aufnahme einfach heimlich irgendwo verstecken wenn das mein späterer Fahrlehrer sieht, dann ja 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 so jetzt hier schon mit Schmack ist rum auch nicht vom Gegensverkehr jaaaa wir sind wieder auf der richtigen Fahrspur woop, woop woop nicey dicey hehehe da ist aber alles geplant hier wie was 48 Euro bezahlt Digga für diese Attraktion hätte ich Geld bekommen müssen nix bezahlen hier das war filmreif und ich nenne ihn mit dem Trucks gegen den Strom am kreisverkehr am kreisverkehr erst der Ausrufe nimm diese Ausfahrt so biege nach rechts auf das war eine Fahrt ey oh holy moly er war ja schon ein bisschen verrückt hier ne er war ja schon nix nix zu er 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 noch er er Oh, Alter. Oh, Alter. der 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 aber ich sehe gerade aus der hätte sich ja nichts überholen können jetzt müssen wir nach rechts hmmm, hmmm, dubidum dubidey rechts ab da kommen aber wo müssen die die leitplatte mit Wir sind fertig. Wo ist denn überhaupt? Ach da. Ah, sieht gut aus. Noch ein Stück. Ja, ja. So, jetzt. Nee, das war doch zu früh. Ah, sieht gut aus. Nice zu. So, ausgezeichnet. Das sag ich doch. Von wegen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wie er darauf kommt überhaupt, Alter. Das ist ja... Ich will sterben. Gut, nee, nee, nächste, äh, das war, genau, halbe Stunde. So, sieht gut aus. Äh, dann, äh, ja, sehen wir uns, äh, sehen wir uns denn zur nächsten Folge denn, äh, wieder. Und, ähm, bis dahin. Wohl gehabt, euer Antigeisterfahrer Ronny. Und, äh, ja, da, ist das, äh, ja, da, ist das, äh, da, ist das, äh. Äh, ja, da, ist das.